Jetzt kann es von beiden Seiten keine Ausreden mehr geben, Ankalaya vs. Pereira muss am 8. März kommen und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Alex Pereira sagt ja schon vor einigen Monaten, dass er erst wieder im März kämpfen wird. Er hätte zwar gerne vorher kämpfen wollen, aber er selber hat halt noch ein paar Sponsoring-Verpflichtungen. Wir wissen, Alex Pereira ist gerade irgendwo in Südkorea, macht den Gangnam Style-Dance und hat irgendeinen Fan achtmal auf den Bauch geschlagen und den Fan hat es einfach so gar nicht gebockt. Ganz komische Clips produziert Pereira da in Südkorea. Aber wir dachten uns, okay, Alex Pereira sagt, er will im März kämpfen und er weiß natürlich, dass es den ganzen Monat lang Ramadan ist. Was schlecht ist für Margot mit Ankalayev, der ja letztes Jahr, also dieses Jahr schon den Titelfight abgelehnt hat, weil der auf Ramadan gefallen wäre und er deshalb nicht kämpfen wollte. Jetzt hat sich aber scheinbar die Meinung von Ankalayev geändert. Denn Ankalayev ist, muss man einfach mal sagen, Keyboard-Twitter-Borrier. Ja, das heißt, er hat sehr viel gegen Jon Jones geschossen und er disst einfach jeden und beleidigt jeden. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, das ist gar nicht Ankalayev selber, der da die ganze Zeit am Tweeten ist. Es ist sein Account. Die UFC folgt ihm. Ich denke aber nicht, dass Ankalayev da am Handy sitzt und die Sachen eintippt. Aber was soll's. Auf jeden Fall schrieb Ankalayev oder zumindest Ankalayev sein Account. Ich werde Alex Pereira im März besiegen, dann bekommt er im Juli einen Rückkampf und dann werde ich irgendeinen dieser Bumps wie Jamal Hill oder Jireh Prohaska in Abu Dhabi im Oktober besiegen. Und im Endeffekt muss man ja eine Sache dazu sagen. Wenn Ankalayev hier wirklich hingeht und es ist ein Account, Leute, und er sagt, ich werde im März gegen Alex Pereira gewinnen. Das ist okay, der wird gewinnen, aber er meint damit auf jeden Fall, dass er zumindest im März gegen Alex Pereira kämpfen wird. Und dann kann es von Ankalayev keine Ausrede geben. Der kann ja jetzt nicht in zwei Wochen sagen, ach Moment mal, ich wusste gar nicht, dass ich da eigentlich fasten wollte. Sondern wenn Ankalayev für sich selber beschließt, okay, ich will da kämpfen und das haben einige Fighter gemacht und auch gewonnen dabei. Belal Muhammad hat's geschafft, Hamza Shimaev hat's geschafft und wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Bei den beiden, also Shimaev und Belal, war der Weightcut ja noch super hart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ankalayev hier den Weightcut des Jahrtausends hat im Light Heavyweight. Klar, der muss ein bisschen Gewicht ausschwitzen, aber jetzt nicht die große Welt. Wobei Hamza Shimaev nach der Waage auch trotzdem was getrunken hat. Anders geht's ja auch gar nicht. Du kannst ja keinen Weightcut machen und dann ohne zu rehydrieren. Vor allem war das Hamza Shimaev noch im Welterweight. Nee, bei dem ging's auch einfach gar nicht anders. Aber Ankalayev wird das, denke ich, tatsächlich machen. Und Ankalayev wird jetzt auch abliefern müssen. Es ist natürlich zu Ankalayevs Vorteil, dass er zwischen Ramadanbeginn, sag ich mal, und UFC 313, dass er halt nur eine Woche hat. In der letzten Woche ist das meiste ja schon erledigt. Also in der letzten Woche, in so einer Fightweek vor allem, da machst du ja nicht mehr die fetten Einheiten und Coach zeigt dir die krasse neue Technik. Sondern da hast du eigentlich nur noch UFC-Termine. Und halt den Weightcut. Das sind die zwei Dinge, die da noch anstehen. Aber so ein hartes Trainingscamp durchziehen, mehrere Einheiten täglich und so weiter und so fort, das muss Ankalayev nicht fastend machen, weil das ist ja, sein Trainingscamp läuft ja zehn Wochen vorher. Die letzte Woche, die er fastet, da hat er halt, und das muss man schon sagen, das wird schon tough, da hat er halt trotzdem Pressetermine, Fotoshootings, Interviews und halt einen Weightcut. Wobei ich nicht weiß, wie hart er ist, weil, wie gesagt, Light Heavyweight und so. Trotzdem bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich fände es geil, ich fände es geil, schon im März Pereira gegen Ankalayev zu sehen. Natürlich wäre es zu Ankalayevs Nachteil, denn natürlich macht es was mit ihm aus, wenn er wenig isst und wenig trinkt. Und er muss halt performen, er muss seine Leistung abrufen. Das spielt natürlich Alex Pereira in die Karten, ein spannender Faktor. Ich bin gespannt, ob es wirklich zu dem Fight kommt, aber wenn ich sage, es gibt keine Ausreden mehr, dann sage ich ganz ehrlich, dann gibt es sie aber auch nicht mehr von Pereira. Ich meine ja nicht nur Ankalayev, ich meine ganz bewusst auch Alex Pereira, der ja gesagt hat, ja, ich würde lieber im März kämpfen. Okay, du wolltest im März kämpfen, dann kämpf hier, hier ist der März, der kommt, ne, Pereira, der März, der kommt, er hat viel Spaß da zu kämpfen. Ich bin aber auf eure Meinung gespannt, wen würdet ihr eigentlich als Favorit reinschicken? Ich bin ehrlich, ich würde Pereira als Favorit reinschicken. Schreibt mir eure Meinung unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und damit bis zum nächsten Mal.